Liebe Freunde, was läuft da im Bausi heute Abend? Ich kann die Bewässerung meines Nachbarn benutzen und er hilft mir auch gerade aufzustellen. Bei dieser Trockenheit Kartoffeln bewässern angesagt. Von dort drüben kommt eine Grundwasserbohrung bei meinem Nachbarn. Hier kommt meine Kartoffeln, die wir bewässern wollen. Allerdings muss man hier zweimal durchziehen. Heute Abend ein Stück und dann vielleicht in zwei Tagen oder in einem, weiss es noch nicht, ein zweites Stück. Dann kommt wegen dem Schütten, neben dem Schiebe rein, weisst du? So, Haspel ist installiert, jetzt wird er noch ausgezogen. Wer ortbarn ist gar nicht. Zieht nun eigentlich. Und zwar von der Baltizippe. Sollte die Wurzeln aus. Ich muss dann den Berettner so einstellen, dass der da nicht auf die Zürich-Bernstrasse rausrednet, um vollgefahren, wenn da ein Motorradfahrer kommt, erschrickt, wenn da der Wasserstahl auf die Strasse kommt. Wir haben uns da abgesprochen, mein Nachbar, der geht um 2 Uhr, steht da rauf und tankt den 640er Fiat. Und ich schaue um 12 Uhr und am Morgen um 3 Uhr schaue ich auch. Und ich denke, vor 12 Uhr schaue ich auch nach Malz vorbei. Jawohl, ich muss da ein bisschen kontrolliert sein, die ganze Sache. So, Kontrolle, Bewässerung, 10 Uhr. Jawohl, liebe liebe Freunde, Kontrolle, Bewässerung, es ist jetzt Viertel nach drei. Ja, läuft alles bestens. Aber wie lange das der hat, ist nicht mehr so weit weg. Was man da abstellen muss, weiss ich nicht genau. Viertel nach drei. Ja, ich denke, in einer Stunde Viertel nach vier ist es fast so weit. Ich denke, ich kann da nicht mehr zu lange schlafen und muss dann abstellen. Wann? Wann? Wann?